Warum tue ich mir das überhaupt noch an? Warum? Weil du mich schmackst, weil du den DC nicht verlassen kannst weil du ich hab zu viel erfahren hier rauf ja eigentlich muss das schon abgehärtet sein hi tschüss jetzt bitte ich bin zu voll mit blöcke und kohle zusammen zu kraften hat massen an eisen nimmt sich was aus meinen ich habe bloß ein stack kohle blöcke genommen ich habe halt jetzt keinen bock gehabt sie zusammen zu kraften bei mir ich möchte meinen automatischen kraft damit anschließend aus meiner ms system oh gottchen apropos ich kann jetzt schon mal anfangen die ersten tierchen wieder umzusiedeln wo ist das golden lasso denn bis das wieder verbrannt ist und ich ja weitermachen kann vergeht ja wieder was zeit da wo hatte ich die schweine drin wenn das weißt du am besten wo waren die schweinchen drin sind deine schweine da sind sie waren sie drin das schweinchen werde ich wohl melden taufen nein doch nein hühnchen du stirbst du stirbst und wir auch du bist kein holz und kein sand tun hat das eigentlich was angezeigt als auf meine insel gekommen bist warte was soll es denn anzeigen im text das hat gar nicht gespeichert das ist zu inkompetent aus und er ist auf speed so ein arschloch so jetzt müsste das eigentlich ich komme noch mal was ist da runterge- ach das ist ein grab ich bin auch nicht ganz auf meine insel ich kann noch mal umdrehen ich nehme das alles mit humor ich bin froh dass das server wieder läuft dann hau was rein du kannst musst du gucken was da alles reinhauen kannst du kannst zuckerrohr reinhauen strings rotten flesh alles am essen also potatoes, möhren, wheat, zuckerrohr alle arten von saplings und ich gebe dir einen tipp wenn du bäume pflanzt schneid die leaves ab dass du meinen ertrag brauchst weil so brauchst du 8 septic ich glaube du brauchst nur 4 leaves dann ist das ding voll oh ja ok dann mach ich hier genau mach das los zack zack mach ich hallo jetzt kommandier mich nicht rum mach sonst los nee jetzt mach ich das nicht ich komm vorbei und verzauber dich verzaubern ich verzauber dich in einen baum komm zu dir und verzauber dich in eine frau meine axt bleib stehen bleib stehen nein ich mach es dir nein machst du nicht so das war gut also kannst du sagen was du willst das war gut bin ich schon ein baum also irgendwann wachsen dir wurzeln aus dem hintern und blätter aus dem ohren dann bist du ein baum aua ja das kommt dann ungefähr so hin mit dem aua ja ey ach du scheiße was wollen die hier alles haben dafür ey ich hab wieder so eine living rock dinge so zwei mal noch dann ist das ohr erledigt hab ich wieder genug mana nee so ein arsch aber ich besorge mir jetzt eine mana perle ähm enderpearls vier stück müssten erstmal ausrechnen hoff ich äh was hab ich denn jetzt eingesammelt ok hm jetzt leckst ne eins zwei drei genau für drei mana perle gereicht hier aber deine äh äh Kohleblöcke die sind nicht gerade produktiv na das weißt du ey die sind schon weggebrannt bei meinen pflanzen ja dann craft die dir neue ja hab ich jetzt so gemacht die sind faul dir meine Kohleblöcke sind wenigstens ja ne die haben ordentlich Brennpower und alles hä meine auch du nutzt sie nur falsch ne die liegen hier einfach auf dem Boden rum und werden so nach und nach verbrannt ja wozu brauchst du die Kohle eigentlich für mana ich hab hier äh endoflame pflanzen die verbrennen kohle holz und sowas und wandeln das dann in mana um in diesem mana spreeder dadurch kann ich dann ganz viele schöne sachen machen zum beispiel einen melvin verzaubern in einen baum in einen baum ja ich will aber keinen baum sein na willst du lieber ein kackhofen von einem hühnchen sein ich will den baum ja die vierte mana perle so was kann ich jetzt daraus machen mana hand of ender könnte ich daraus machen cool mana stil helm haben die irgendeine besonderheit 10% less mana koste mana tools und rods was egal die sieht cool aus die will ich haben aber manchmal hat es ein paar legs ja kriege ich grad auch mit das ist nicht gut mhm hehehe ich hab jetzt schon mehr rüstung als mit der hässlichen obsidian chestplate läuft hier kann ich wieder abbauen äh dü 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 d dü 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 gib mir Hawaii zack zack Ich wollte hier diese komische pflanze machen die 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 dings verbrennt Leaves abgebaut und verarbeitet. Wie heißt die? Ich habe dir das vorhin gesagt. Los, sag es mir. Schere. Ich habe gesagt Pflanze. Achso, Pflanze. Ich habe es verstanden. Leaves. Was ist das? Mannstief? Ja. Ach du Scheiße. Die hat einen Namen. Mundstief. Mundstief. Ja. Cool. Ganz ehrlich. Ich muss das halt wirklich so suchen. Sonst finde ich die einfach nicht. Oh, ich kann jetzt eine kleine Mini-Insel machen. Ach stimmt. Dafür brauche ich ja. Genau. Ich brauche dafür Ruhen. Für die eine Runde brauche ich nochmal zwei weitere Ruhen. Und, lol, die kann ich sogar jetzt ernsthaft herstellen. Ich brauche noch Kaktusseeds. Ne, ja, Kaktus. Mana Powder. Okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir gerade. Gunpowder. Vier. Aber erst nicht meine Rüstung komplett haben. Lass. Ich brauche hier schon wieder Wasser drinne. Ich müsste mir hier eine unendliche Wasserquelle hinzaubern. Kein Zaubermal. Keine Lust. So, ich habe kein Manas. Doch, Manas-Tel habe ich noch hier drinne. Das, das kann erst einmal alles da rein. Das brauche ich jetzt. Warum habe ich Stone Pebbles eingesammelt? Weiß ich nicht. Hast du mich beschossen? Weiß ich nicht. Hast du mich beschossen? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Hast du mich beschossen? Das weiß ich ja nicht. Hast du mich beschissen? Vielleicht. Vielleicht. Aber nein. Nein. Ich wende damals keine Absicht. Das ist gut. Warte mal. Äh, 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 hoffentlich. Sonst müsste ich vorbeikommen. Und... Schnalderadatsch, ist deine Insel weg? Mmmh, ne. Äh, doch. Hahaha. Ah ja. Ist so manchmal. Jaa. Manchmal... Hast du was zu sagen? Ihhh. Ich brauche einen Gunpowder. Das, was ich jetzt alles mittlerweile in den Müll laufen lasse, brauche ich jetzt natürlich. Also, Netherbrick. Mana-Stil. Hammer. Ach ne, das brauche ich auch wieder Mana. Scheiße. Ach ne, Mann, warum? Arschloch. Muss ich das ernsthaft dort daneben bauen? So. Ne, ich brauche erst einmal die Rüstung. Dann kostet mich das weniger Mana. Stand zumindest drin. Also, das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Ich brauche aber fünf Sachen. Da fehlt noch was. Mana Powder, Mana Steel. Da ist die fünfte Sache. Ich mag mein Tiny Potatochen. Ja, es ist sehr interessant. Die wackelt so schön hin und her. Hm. Das ist das. 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 So, ich werde jetzt ein bestimmtes Huhn-Tarux nennen. Name-Tag. Das mit den Goggles? Hm. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Äh, dürfte eigentlich nicht verschwinden. So, jetzt. Solange man es überlegen, überleben lässt halt... Also du weißt schon, was ich meine. Hm. Dadurch, dass Taroks ja im Urlaub ist, ist das der Satz. Ja, apropos, äh, hat der... Hat der eigentlich bevor Goggles gesagt? Wie lange der im Urlaub bleibt? Äh, weißt du das nicht? Nö. Äh, ich hab zwei Babypferdchen und ein Riesenpferd. Ist hier gespawnt bei mir. Und ein räudiges Schaf. Wollte er ja nicht eine Woche Urlaub machen? Ich weiß es halt nicht. Ich bin mir sicher, dass er nur eine Woche machen wollte. Keine Ahnung. Aber genau weiß ich es nicht. Naja. Wird sich schon zeigen. Der wird schon irgendwann wieder auftauchen. Wenn nicht, dann... Haben wir Spaß mit seiner Insel. So wie ich grad mit deiner halt. Hey, warum ist hier ein Pferd? Ey, nein. Ich brauch halt Platz, damit andere Tiere wieder spawnen. Denkst du dich nicht? Das ist kein Pferdestall. Äh, du weißt, dass Tiere nur auf Gras spawnen? Ja. Ja. Das ist kein Pferdstall. Noch nicht. Na, warten wir doch jetzt schon. Ja. Ich werde dieses Pferd zähmen. Yay, es fängt an zu regnen bei mir. Und jetzt porten sich die Endermänner wieder durch die Gegend. Und... Was hat er eh nicht? Der steht... Ja, der steht im Trocknen. Der macht's richtig. Hey, ist der veröst? Gepackt, oder was? Ah, ne. Komm. Akzeptier mich. Ey, weil es regnet... Ernsthaft arbeitet jetzt meine Pflanze nicht mehr? Doch. Oh ja. Oh ja, los. Warum? Es fehlt Mana. Arbeit ist schneller, Kackpflanze. Schneller. Komm mal her, dann kannst du sehen, wie das mit Bodrania funktioniert und den Runen. Okay. Schneller. Ich... Hallo, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Wo bist du? Oben oder unten? Oben. Oben. Jetzt siehst du auch, für was ich die Kohle brauche. Oh ja. Die Pflanzen verbrennen halt. Und gleich ist es voll. Jaaaa. Ein Drittel, ein Viertel noch. Ein Fünftel. Ein Sechstel. Und so muss ich jetzt Ewigkeiten Runen herstellen. Das werden sehr spannende Folgen. Ey. Du siehst aus wie Tyrox. Du auch. Du hast auch Glück. Guck, guck. Ja. Blitz. Donner. Und gleich wird Maren ein Baum. Jetzt ist nur die Frage, taucht die Rune von alleine auf? Ich weiß nicht. Wie lang geht denn das Spektakel? Äh, warte mal. Das plus das. Ah, ich hab die Blöcke ins Armee geschmissen. Schnell. Äh. Äh. Das, äh. Jetzt ist die Frage. Steht da das plus das. Also das. Zwei Runen of Fire. Bleib mal stehen. Verbrannt. Hahaha. Das ist der Fetz. Die erste Rune, die ich mit Botania hergestellt habe. Cool. Cool. Ja, und jetzt darf ich mich an zwei weitere setzen. Ja. Das wird lustig. Ist nicht lustig. Das wird lustig. Weil du das machst. Ja. Und nicht ich. Melvin, bei Steampunk ist auch Botania dabei. Zu schade, dass ich kein Zauberer bin oder so. Dann entscheide ich das für dich. Hehehehehe. Du entscheidest gar nichts für mich, welche Rolle ich in diesem Projekt spiele. Doch, Stadtoberhaupt. Nee, nein. Bitte.